Hallo Lino, SOPA RTL. Und wenn ich hier umdrehe, steht hier Nickelodeon drauf. Wenn ihr jetzt wieder Nickelodeon Serien auf Togo zeigt, warum macht ihr es dann nicht mit Spongebob? Yep, dieses Video ist schnell gealtert. Ein paar Monate später gab es wieder Spongebob ein paar mal auf SOPA RTL und wir kommen bei den Laos auch. Wie auch immer, dieses Video war ein Erfolg über 400 Aufrufe und dementsprechend werde ich eine weitere Porpo Tour DVD öffnen. Diesmal diese ganz spezielle DVD. Das eine hat mit Weihnachten zu tun und das andere mit Winter. Gut, Weihnachten ist vorbei, aber scheiß drauf. So, wie mache ich das jetzt am besten auf? Oh, das ging einfach, ich brauchte gar nicht die Schere. So, jetzt mache ich die das auf. Und zwei DVDs. Winter, Rescues und Pub Saves Christmas. Die Titel sind zwar auf Englisch, aber sie werden auf Deutsch sein. Aber eine Sache ist mir im Laden aufgefallen. Hier steht zweimal die gleiche Episode auf beiden DVDs drauf. Die Porpo Tour rettet Weihnachten und hier nochmal die Porpo Tour rettet Weihnachten. Haben die jetzt eine Doppel-DVD verkauft und dann bei beiden DVDs die gleiche Episode eingetragen? Das wäre seltsam, wenn das jetzt so wäre. Wie auch immer. Also, das ist die neue Porpo Tour DVD in meiner Sammlung. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.